so hey willkommen zurück zu diesem mirage dieses mirage mirage der kevin ist auch dabei also aka astatic danke und ich spiel jetzt mal einen anderen charakter habe ich ihn gezogen habt ihr gesehen habe ich ihn gezogen und ich habe ihn weg gemacht nö der lebt noch diesmal gegen team lila was auf habe ich so weggesprengt die alte aber jetzt haben wir kein highlight ja ich finde das heilen aber auch nicht so stark muss ich zugeben man halt sich ja auch von selbst mich schon wenn man outfit ist lassen kommen ich habe eine mine geworfen hat er mich verhauen hat er mich verhauen killed bei slash von guns and roses wer kennt ihn nicht daher kommt der name hier weiß ich nicht ein slash ist ein slash das stimmt so hast du davon bitch wenn du mich assassinaten willst hier von hinten bei gesau ich will immer die orangenen angreifen weil ich irgendwie team lila gewöhnt hat man ein paar bomben rausgehauen um alter bombe ist nicht mehr geprockt schade aber leckfrei gerade Im Moment ja, tatsächlich Es gibt verschiedene Klassen, verschiedene Loadouts Ihr müsst es euch angucken, wir können es nicht das ganze Spiel erklären Ohne irgendwie ein bisschen Gameplay zu zeigen, das anständig ist Ah, jetzt habe ich den Wichser gekriegt Das ist hier reingeredet Alter, da war jetzt gerade Rudelbums Ja, hier geht gerade schon was abgeraten Aber ich bin dabei, deswegen wird das hier gleich alles geregelt Okay, deswegen werde ich jetzt auch nochmal den Charakter wechseln Auf meinen kleinen Liebling Was cool ist Oh, man sieht es leider jetzt Ja, okay, bei dem Charakter sieht man es auch Man kann an seinem Körper runterschauen, das ist cool So, das mag ich, nettes Feature Und ansonsten, eigentlich spielen wir ja zusammen Ich und der Aesthetik hier, aber wo ist er denn? Tot ist er Ah Ich bin nochmal Assassin Bro So, ich bin im Spot Haha, ich habe gerade einen Headshot mit einer Mine gemacht Was, die explodiert echt? Ich dachte, die muss jetzt einmal auf Nee, ich habe die jemanden gegen den Kopf geworfen und dann ist er gestorben Was? Jetzt habe ich geblockt, aber das ist nicht mehr raus Okay, jetzt spielen wir meinen Lieblingscharakter Den kleinen Dicken Seht, meine Stats sind jetzt nicht bahnbrechend Wo bin ich denn? 5-5 Aber 5-5 ist ja noch okay So, 6-5 Heilung! Kommt her, Freunde Heilt euch an meiner Heilboje Zack, nix da mit mir Papa Schlumpf Für Healer gibt es noch keinen Bonus Das ist voll schade Für den Heal an sich rauskommen Naja, da könntest du Punkte geben, das stimmt Da steht immer noch 0 Oh, ganze Team Alter, das war schön von mir Das war schön Hab schon Skill, muss ich ja sagen Headshot Ah, er hat mich Oh, der war so blöd Der hat einfach nur drauf rumgehauen Und hat mich damit trotzdem gekriegt Also war ich eher blöd Also es macht schon Spaß Ja, wenn es ordentlich läuft Es macht Spaß Weg da Hab einen Assist gekriegt Alter, da springt er da rauf jetzt echt Was? Die war zu zweit Das habe ich jetzt gar nicht gesehen Zack Zack Tot Ne Third Person wäre geil Achso Ich weiß, wie du mal siehst, wer hinter dir ist Diese alle ausrasten mit ihren Rumgebrüll hier Zack Die kann man nochmal taunten Okay, jetzt habe ich die erstmal verstanden Happen, 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 Alles gut Ah, kacke Jetzt schreibt mich tatsächlich jemand hier in der Aufnahme an Und ich muss kurz runter gucken Wird das ein Free-to-Play-Game? Das ist eine berechtigte Frage, denke ich Ähm Ich glaube nicht Nee Also ich würde es wünschen, weil ansonsten Ich finde das Spiel nicht so gut, dass man dafür wie bei Chivalry 50 Euro ausgeben sollte Ja, genau Free-to-Play wäre smarter Aber ich denke, die werden es nicht free-to-Play machen Kacke Auf dem Server hier meinst du? Ja, genau Weil der läuft gerade stabil Können wir machen War ich denn erster? Nein, ich war nicht erster Dann spielen wir nochmal ein paar andere Charaktere Mit 13,4 Aber wir sind auch erst nach der Hälfte reingekommen Muss man dazu sagen Ich hätte Potenzial gehabt Ich habe 8,9 gehabt Welchen Charakter hast du gespielt? Äh, ich hatte erst den Bullen gespielt Und dann die Einhand-Schwert-Tussi Wo gehen wir hin? Ähm Sag was Lila Okay Lila ist gerade voll, ich warte Ich warte Team Select, warte, Team Select Andres Team Orange Orange ist voll, jetzt bin ich in Orange Jetzt spiele ich mal die mit dem Schild Du spielst die mit dem Schild Dann spiele ich mal Die Dual-Wield, Alter Die Dual-Wield-Lady Geht los Okay Bin da Da sind drei Stück Bleib mal stehen Jetzt bleiben zwei stehen Ja, lauf Lauf, 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 lauf Ich seh dich Hallo Das ist die Standard-Map Was habe ich denn alles? Ich kann mich unsichtbar machen So ein Quatsch Nö, nö, du kannst springen Yeah, sehr geil Ich bin tot Okay, da war ich etwas Nee Muss auch erstmal in den Charakter reinfinden Natürlich Äh Ist das so ein Ding, ne? Ich verstehe den Unsichtbarkeits-Shit nicht So, weg Äh, du wirst nicht unsichtbar Glaube ich Die F? Was macht die F dann? Ich weiß nicht, ob du unsichtbar wirst Erstmal würde ich die andere nehmen Sowieso Äh, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert Kacke Das war nicht so gut Weg Nicht weg Sehr gut, ich bin schneller als er Wow Oh, wow Das war knapp, gest Alter, ich vernichte einfach alles Oh Gott, bin ich ein Tier Ich will auch alles vernichten Ich will auch Einfach ein Vierer-Kill gerade gemacht oder so Oh Alter Zug hat drangesprungen Hm, ich sehe dich nicht, schade Kacke Ah, ich muss einen anderen Charakter spielen Die geht mir auf den Senkel Ja, ich finde die auch mit einem Schwert Die finde ich besser Impaler Was ist denn das? Was hat die denn alles? Impaler, die Barriere Den Sprung Ich probiere die jetzt mal so und spiele auch die Tank Lady Hm Kannst du mit dem Schild spielen, mit dem Großen Mit dem Großen Schild? Was ist das? Ja, dieses Feld quasi, wo kein Schaden reinkommt Von außen Okay Ich habe den Impaler gewählt, also den Wurfspear, der ist geil Ja, ich weiß, ich stehe neben dir Hast gerade meinen krassen Impaler gesehen Ich habe dich nur runterfallen Voll impaled Ich nehme den fetten weg Okay, die sind beide hinter mir Hier kannst du besser stechen, ne Wenn wir zusammen sind In so einer engen Kuhle Wo die sind beide hinter uns gelandet Aua Wir gehen ein Stechen Ähm, Mausgrad nach vorne Verdammt Verdammt Kacke Mir fällt die ganze Zeit auch das Ding aus dem Ohr Das ist so nervig Schade Ähm, yo, okay Keine diese Kugeln eigentlich auch? Weißt du das? Welche Kugeln? Die man, die Cooldown Kugeln, die ich immer aufsammle Pam Nein, es hat nicht gereicht Und da kommt er und steelt Der Wichser Da steht wieder irgendwo auf K So, okay Ah, ich bin mit dem F-Skill nicht so wirklich zufrieden, muss ich zugeben Ich weiß auch gar nicht, was der wirklich macht Ob der jetzt Schaden macht Ey Boah Brutal, ey Brutal Ich glaube, ich nehme lieber echt den anderen Ich verstehe den anderen Skill nicht Ich muss heilen Oh, okay Da sind sie wieder Ach, schade Ich versuche sie auch noch anzuziehen Lol, da springt der einfach davor Bam Okay Ich habe auch drei Kills jetzt gerade gemacht Na gut Ah Krasser Typ So Ist immer nur auf den richtigen Moment warten So, immer auf den richtigen Moment warten Das ist so wie, ähm Du musst dein Bestes geben Oder sowas Muss der allerbeste sein Ups, Teamkill Was? Ich bin eh schneller als du Ich bin jetzt mir in den Rücken hauen Okay, Zeit für Charakterwechsel Und zwar spiele ich jetzt die Einhandschwertlady Was ist denn der Kickflip? Machen wir mal ein Kickflip Falsche Skill gedrückt Naja, jetzt haben wir den Schild Ich kenne die Gefahr jetzt pokémon singen ich streife durch das ganze ich habe hier ein schild hingestellt da unten sind sie die bastarde das wäre schön gewesen ich sehe im flug noch erwischt geil wir haben stabilen server für mich gibt es gerade nichts zu tun wir sind in der übermacht und ich bin der letzte quasi hinten dran dann muss die immer im kreis um mich laufen alter wir haben kill gemacht die echt nur gemacht um mich abzulenken darf man ein paar minen ok ich höre ein neues zack 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 aua halt auch mit den team kills boah wie hatten die das jetzt gemacht der pixel jan has left the game tschüss jan nicht der pixel jan oh man ok wir kommen schon noch drauf also ich zumindest wie das spiel geht ich glaube es war ein bisschen rum weil ich heilen muss ich verstehe den kickflip nicht so ganz ne also springst zurück halt ja aber macht das auch schaden ja ich glaube wenn du direkt vor dem stehst und du machst ja du springst dann weg ja ich würde es gerne probieren aber die macht ja sehr viel schaden die einhand schwert frau was getroffen komme als du es nicht gesehen hast ich war der typ der von oben runter gesprungen kann ok so was haben wir denn ich will auch mal wieder was anderes spielen ok tu es zack der war schön oh und jetzt von hinten gekillt das war nicht schön das war feige ups das meine ich doch gar nicht will m drücken so ich nehme jetzt auch mal die ninja tussi bitte ich finde die nämlich geil ok huh 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 gott wir haben ja recht bald gewonnen zack meiner ne ne kumpel hör mal auf damit die die da ist sie auch immer ein team darum hängen na auf der befiehlt sich aber natürlich mein main char ok noch einmal kann ich ein charakter wechseln einmal kann ich noch mal main ja auch mein main den guten alten zwergen typ du hast du doch mal auf ja ich kann mal von was heilung wenn die so rum düst ne ich bin schon tot ist vorbei mann 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 da hat sie mich von hinten erwischt die ist gegen die wand gesprungen und war hinter mir das ein bisschen sehr will die gewesen ich komme aber ich komme halt durch vier mal hintereinander die mich getroffen bevor ich gestorben bin das war schon heftig hätte ich nicht gedacht hätte ich nicht erwartet okay ja das rumspringen ist richtig kacke für uns was hitlers bedtime story heißt der typ was ist los mit dem ok ich bin so krass oder wie immer tank sache das ist mein charakter ops team kill oh fuck ich habe alles gerade versaut was geht hier sind gerade alle lilanen ja ok ok probieren wir den noch mal ich getroffen sehr schön doch immer jetzt geschnitzelt hat alter was mit seinem kleinen kleinen blöden dreckschwert alle von vorne von hinten da kannst du nichts machen das heißt wenn du slash der heißt überhaupt nicht so die attacke heißt so die attacke ist der slash ja alter was wie was was warum trifft ihr alles war okay ich verliere gerade mein swag irgendwie ich auch ich auch jetzt wurde sogar von so einem lappen überholt der viel schlechtere kill der statistik wir haben gewonnen trotzdem egal auf jeden fall war eine schöne sache das spiel ist in ordnung geld dafür ausgeben würde ich auf keinen fall ja mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen oder es ist noch eine beta mal gucken was kommt aber wie bei den meisten beta betas verändert sich nicht mehr viel zum wirklichen spiel ich denke auch so tschüss macht's gut wiedersehen